und damit sind wir wieder zurück zur nächsten folge von dungeons and dragons mittlerweile die 14 folge mega cool sind schon weit gekommen und die viel von der tanke sind auch wieder mit am start hallo genau wir starten jetzt mit der die zerstörte stadt jetzt muss man wieder leider auf erhabene stufe spielen das ist jetzt das markt 2800 das nächste wäre 4000 aber das wir sind bei 3069 genau also auf stufe 5 da ist noch potenzial nach oben 321 ich bringe das meister jodas gesicht die ganze zeit ich pass mich dann ich bringe also ich weiß dass er noch überspringen kann als ich du hast einfach nicht die waden alter es gibt zwerge die können das hier ist eine tafel was macht ihr hier warum greifst du an ich glaube ich kann die dinge ins dach kaputt machen weg ihr maden hey blockt man nicht die fetten du bist ja alles so hell alter voll die kristallhülle ist das wirklich schön das blendet richtig hier die sommer ja da kommen wie die von oben einfällt die sonne hier wenn du hier stehst wo ich stehen vor einem schwert aus ja mann total die gott krass guck mal da hinten guck nicht zu dem kristall der blender nukleare kristall nukleare uran da gibt es ein hebel oder hier genau den hebel hat er gemacht er hat doch schon alles geregelt aber sehr gerne ungewöhnlich langweilig gewöhnlich aber aber ich hab doch aber ich hab doch gehoopt nicht auf jeden Fall wo bin ich denn hin geflogen von nach links irgendwo die haben viel leben und mann viel zu gut oh boy boah die haben mich schon wieder mich haben sie wir hatten hier gerade ohne ausdauer zugeschlagen irgendeiner soll mir vorbeigesteuert hat das war ich warte ich komme dir zur hilfe wo der kraftlose schlag zerstöre die gittigen trollsäcke habt ihr den trollsack zerstört oben in der höhle ja habe ich aber bisher zieht ja ok da kommen hier neben der wird hier alles fünfmal heller wie freundlich jetzt habe ich meinen blumen habe ich meinen blumen hochgezählt oder sowas naja bist du sehr hell irgendwie sehr hell wechseln finde schön boah guck mal hier die Figuren hier sind schon geil los ok kann man nicht kaputt machen ja ey da ist ein item kommt da ne ist kein item ok nein ist doch nur gold wie sie alle gleich ankommen hat er uns heiß gemacht ja alter wenn du uns hier das ist ein item das ist ein item ja 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 ich glaube jetzt sollten wir zusammen auch eingehen ja ich bin hier auf den eisriesen gerade ich bin auch ich bin auch tot oh ich bin auch tot oh scheiß die wand an wo 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 seid ihr alle warum hat es nur gerade wieder belebt ich stand neben euch ich komme ich komme ich komme ich versuche ein bisschen abzulenken alles gut alles gut ja aber ein bisschen koordination ich glaube machen sie nicht die der mittel der slow life hier kommt ein neuer und jetzt kommt man ein zurück wo lass uns mal kurz mal ordnung zurück ein bisschen erst mal begreifen wir jetzt an die recht 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 aber auch da ich mache ich kann der kreis ist schon mächtig man kaum schaden in dem kreis man kann auch diesen zusatz hier unbesiegbar irgendwie sowas die waren sammel item hat jemand eine fackel gesehen da habe ich nicht geguckt ich leuchte die ganze zeit die ganze zeit ich weiß nicht ob ich das ist ja super komisch guck mal wo denn war warte mal ja ja siegte das hier auch hier oben guck mal guck mal da hoch ja das ist versucht warum ist das auch verflucht das ding da guck mal darum da er muss so ein hebel umsteuern was ja die beiden haben wir gerade gesagt dass da so ist es ist kein hebel das sind einfach so sollen die ungewöhnliches alte aufwand für ein tropfen blut so wie geht es weil man jetzt alles ja also hier geht es darum mit mir hier 22 liefern gezeigt hier der weg ist eindeutig war hier ist noch ein item heute kommt mal her kommen wir verloren da wir sind hier unten auf der anderen seite und ein ungewöhnliches ich hab für kleine beine hey danke schön ich musste mich dreimal die klippe hochziehen gerade springen wir zuerst los du bist so klein ich komme nur bis zum rand und dann muss ich sagen wir zu extra teleportiert damit er noch dran kommen ja da wollen wir springt immer mit den füßen drauf und ich immer nur so gerade wird noch ein halben zentimeter so weiter teleportiert damit also erstmal ist es ganz hell das ist ganz dunkel hier die schöne bäume hast du das gesehen die das ist ja aber die schwächer guck mal die schwächer als tiefe hier das ist mein schlechtes dreimal mehr schaden hier oben recht basti hier soll immer was zeigen auf den typen jetzt ins nirvana was war hier ist der zappelndes ab auch mal links den turm kaputt und links da muss aber noch ein zweites sein weil er auf der fläche steht weil er auf dieser fläche steht weißt du auf dieser lilanen verfluchten fläche da man mit den scheitern der stand hat jetzt dieses komische auf dieser fläche konnten teilweise nicht an ihn ran was die verwirrt mich alter ich werde hier wieder runter gekriegt ist alles voll hell geblendet den geblendet mich das level muss ich sagen ich habe schon vier ungewöhnliche items jetzt kann ich hier rüber du wohnest mich born again danke ja guck mal ein eisriese gut dass wir alle unsere ultis weggeballert haben ich bin entschuldig nein noch was macht er nicht zum rand mit dem steht auf der kiste nein ich fang an zu looten nein ich fang an zu looten ja tschüss nein ich bin ein sämter fang nochmal ich gehe hinterher tschüss ist hier unten noch irgendwer nee nö hier ist ein item hier ist noch eine tafel macht aufkommen rechts da geht es auch noch lang ungewöhnlich hier hinter der statue links habe ich noch so ein bomb oder kommen an das haben wir hergekommen hier rechts zusammen nein das war nicht aber nicht aber ich habe eigentlich von 188 von den kommigen pflanzen finden störe ich habe mir alle zu finden ich habe hier hinter dem mann tempel angst gefunden ich habe noch ich habe noch geblockt oder denken so haut er zu nein ich kann noch einen schlag machen in dem moment wo ich schlag mache haut er zu da kommen immer neue raus mehr gegner das ist nämlich aus er ist doch noch irgendwas in dieser großen arena drin hier oben guck mal hier oben kann man ja hier ist von grad noch hoffenweise jetzt aber diesmal aber du musst trotzdem die barriere dies außen ich habe die außen gesehen die barriere ja ich habe schon mal einen hebel gesucht ne ach so ja hier guck mal her hier außen hier oben ist noch lexus kommen hier und ich mach mal kurz hier moment hier ist die eine ich dachte du bist hinter mir ich habe den hebel gefunden ja hier ist noch ein so ein teil so müssen wir aber hier hoch hier aus links und aus was auch nicht hier oben geht es noch lang leute das sind ja das rennen attribut sich kommen bis sonst noch was da für die arena dieses ding da in der mitte sind zwei locker wir müssen jetzt noch den oben ist glaube ich noch einer ich glaube oben ist noch einer weil oben ist die fläche ausgeschaltet worden hier oben mal guck mal ja vielleicht ich weiß nicht dass man so eine kiste hier gold nur alter hier ist ein hebel ja den brauchen wir aber ich ja komm mal rein wir müssen alle nehmen ist ja nicht ich mache schon okay immer noch gold die ist auch noch gegner gespawnt ja hörst du doch eine mucke oder so soll keine ich höchere wir haben uns geschaltet ich auch das hört man an der mucke die nicht existente zu blinder blinden für euch nicht musikal hat gar keine treu säcke gewinnen auf der seite doch da war noch treu säcke die hier rechts hat ich mache den kreis ich komme nicht mehr dazu der eine hat sie raus gebraucht hat alles für den einen haben wir das ist der andere knet ich bin da um ich auch Geh weg du Großer! Geh weg du Großer! Wie er die Konterntacke macht! Aber warum haut der mich? Ich bin auch dran. Big Oof. Er hat nicht mehr viel Leben. Aber sie kannst nicht in eine andere Fähigkeit ins Deck nehmen. Nein, Spaß! Das ist halt keine Fähigkeit, die ich mir auslose. Ja, ja. Jawoll, wir haben... Da hinten kommen die Gunplins. Die Gunplins? Die Gunplins? Alter, wo ist er hin? Hier muss wieder irgendwo ein Schalter sein. Dexter sind nicht an und dann vergeht die mir. Okay, da ist das. Wollen wir rasten? Wollen wir rasten? Wollen wir looten? Nein, nein, nein! Das ist mein Schalter. Das war schön schief. Oh! Erstmal looten jetzt hier überall. Haben wir eigentlich, wo wir hier reinkamen? Am Anfang hat da jemand die Trollsäcke verschossen? Was? Ja, ja, klar. Du brauchst schon die ganze Zeit immer. Oh, hier ist ein Tunnel. Nein, nein. Nein, ist es nicht. Da, wo wir reingekommen sind. Ja. Da ist das nicht. Nein. Komm mal mit, bitte. Hä? Doch, das ist es. Entschuldigung. Da ist rechts ein Trollsack und hier ist noch eine Eisfläche. Wo noch mit einem Item noch. Hä? Wo ist hier ein Trollsack? Der ist gerade weg. Der wurde doch gerade hinten rechts weggeschossen. Der war doch gerade noch da. Nein. Natürlich. Ich bin noch gerade gesehen, Alter. Bevor du gehst. Den habe ich doch geholt. Endlich reingekommen. Ihr habt mit dem Trollsack voll viele Gegner gesporen, Alter. Nee, mit dem Item, glaube ich. Wo war es nur das Feuer her? Äh, ich weiß nicht, wie ich wieder zurückkommen soll, weil ich hab... Ähm... Wass man kurz überlegen, wo er vorstellt ist. Da rechts. Ah, wo ich gucke. Ah, hier ist noch nicht. Warte kurz. Ah, ich komme nicht wieder zurück. Das ist eine gute Frage. 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 Ja. Mach's einfach so, ja. Nein, ich komme nicht weg. Siehst du jetzt, was ich meinte, als ich sagte, ich wollte sie alle gute attacken. Ja. Krass, Alter. Hätte ich auch gerne. Aber fuck, da ist wieder dieser krasse Sorcerer, Alter. auf Max Distraction. Nein. Wo ist der Stress? Alter. Ui! Ich auch. Ja, ich auch. uns wieder blieben können eigentlich ist ein item gefunden hier oben ganz am anfang wo wir reinkam haben wir schon aufgesammelt die arena oder eine ganz am anfang hier daher wo das licht ist ganz links und hier ist das schwert hier ist das schwert habt ihr einen hebel gefunden aktuell nein weil es geht hier in der mitte geht es nämlich runter und da müssen wir ein hebel einsetzen legendärer helm also kommt man mit der mädel 1 3 wir haben vier kugeln gefunden rechts oben kommt man mir mit der modell so einfach mal mitkommen und aktuell rechts hier kann man aber ein hebel fehlt anscheinend genau und hier ist was aber wir haben den hebel nicht immer aus dem blick und da ist die letzte gift ding ist nämlich drin da ist auch ein kannst du den hebel anschießen ich habe sie gefunden ok wo war der zerstört ja ja aber da ein bisschen liegt noch was drin aber wo waren der hebel gruben auf dem tisch wenn man diese agenda wahnsinn wenn man dann noch mal rein ich tritt meine hebel schnell weg bis halb so groß ist das auch neben das war schon mal nachgedacht gepresst ich vorher habe mich nur in meine rolle ein weißt du so diese die nordische kultur gegen die zwerge so nordische kultur gegen die zwerge in welcher in welcher sage aber das in welcher sage aber das denn ein feil der einzige welt die du kennst so wie bei so wie bei neverwind dann der reich ist ein fall kommt da andere entwerke so vor die luse alter das ist was ich eigentlich auch so dass man sagt muss bauen weil hier sind noch so mama platziere wir müssen das tor öffnen bevor wir das machen hier gibt es noch irgendwie so vielleicht kann man ja irgendwo weißt du ja noch mal ab der kann ich nicht nicht letztendlich alter dass da geht junge das stern garten ja da gibt es noch mal gold diese 500 gold hier ist noch was ich will mein hinterlauf gold rufst mich er weiter das waren die 2000 gold links und rechts 2000 waren das sind ich meine dann würde ich sagen wenn ich sage gold ist nur ist eine kleine kiste der allvater keine geschmeißer aus dem weg räumt oder ist so ein so ein selbst das war der lebensabzug für 17.000 ok ich bin weg durch der brechen gemacht weil er will die noch die kevin der grausame den spruch kriegst mehr auf den sack als meine ich hab zwei ich hab zwei elitem und drei normale aber ich habe nicht gemacht habe 40.000 von tanks doch schon sehr gut ja habe ich auch gemacht aber auch auf die schaden eingesteckt 14.000 habe ich diesmal habe ich auch einmal zu kommen habe ich das richtig gesehen was kristallbildschirm wurde einfach versprungen ja bei mir auch nein doch die gesehen 60 grüne ich habe ja bei mir wurde auch übersprungsteen so ich wollte mich wieder vor dich bringen ist so gemein diesmal habe ich genau etwas bekommen was ich genau gebraucht habe für das heldenhammer könig z genau die axt davon nein das habe ich nur ein scheiß ich gehe da gar nicht drauf auf diese doch die bonis halten aber das ist aber der punkt ist auch dass ich die halt auch alle in legendär sammeln und nicht hin das like witches and black mess ich habe jetzt nichts dazu bekommen nichts was mich verbessert was gut so aber talent haben wir jetzt endlich habe ich jetzt voll reduziert den händlerpreis und kevin hier mit der maus wenn ihr bei talente hingeht dann stimmt der mauszeiger mit dem mit dem feld nicht überein wo man drauf aber das passiert wie wir das passiert bei mir bei den ringen und bei den items und genau ich muss doch oben links in der ecke irgendwie klicken damit ich drauf komme das ist alles dr stranger things das passiert hier keiner weiß es ich sortiere attributen und der ganz oben links hackt er mir den stufe 2 ringer nur weil der 36 irgendwie müssen es nicht weiter drüber reden der nekrotischen resistenz 60 prozent 70 prozent das war ein escape zu viel ja auch mal das verkauften aber auch 57.000 gold mit ich halt nichts anfangen kann gerade körperliche widerstandsfähigkeit du kannst all deine unseltenen oder ungewöhnlichen oder sogar seltenen kristalle alle auf lila oder legendär upgraden was ja absolut gar nichts bringen ja ja aber du kannst ja in der zwischenzeit auch noch welche bekommen das geld lieber aufheben für den fall dass ich zum upgraden brauche als dass ich ja was hast du für eine kampfstärke jetzt aber ich kann mal gucken ich habe fast 342 okay ich habe fast eine schnappszahl 3330 als nächstes haben wir das gesicht des kevin schauen wir uns dann auch wieder in der nächsten folge an leute wir bedanken uns wieder fürs zuschauen wir hoffen es hat euch wieder gefallen und wir machen nicht zu viel quatsch und ja dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge haut da rein ciao tschüss